Heute wird es extrem wild, extrem wirr. Hier ist was richtig Schlimmes passiert. Wir sind bei der Hochschule Fresenius. Hier begleiten wir den 18F-Lehrgang. Hier geht es um taktische Notfallmedizin, Krisenkommunikation und Krisenmanagement. Und wenn ihr wissen wollt, was hier passiert und wie die Teilnehmer auf sowas hier bestmöglich vorbereitet werden, dann bleibt dran. Hinter mir ist der verletzten Sammelplatz. Da geht es schon richtig, richtig rund. Bevor wir jetzt aber gleich richtig mit der Action einsteigen, euch zeigen, was hier praktisch vermittelt wird. Ganz, ganz, ganz zu Beginn vorweg eine Sache. Das Video ist krass, wird im Verlauf richtig krass. Das heißt, wenn ihr heute geistig nicht ganz so fit seid, dann schaut das Video heute auf keinen Fall. Dann schaut es, wenn es euch besser geht. Hier also die Triggerwarnung. Es wird hier Kunstblut zu sehen sein. Es werden nachgestellte Verletzungen zu sehen sein. Viel, viel, viel Geschrei und Leid. Und im Hintergrund, seht ihr gerade, werden die nächsten Patienten zum Patientensammelplatz transportiert. Aber bevor wir jetzt euch zeigen, was genau da passiert, wollen wir euch erstmal erklären, was ist überhaupt der 18F-Lehrgang? Was ist das für eine Übung, die wir hier begleiten? Was ist das Ziel und worum geht es überhaupt? Wir sind an der Hochschule Fresenius. Bevor wir jetzt aber richtig tief ins Thema einsteigen, wollen wir erstmal erklären, was ist 18F überhaupt und was ist die Zielsetzung? Dafür habe ich bei mir den Studiendekan und der wird euch jetzt erklären, was 18F ist und was die Zielsetzung ist. Hi, vielen Dank. Grüße. Schön, schön, dass ihr da seid. Erzähl doch mal unseren Zuschauern, was ist 18F und was ist das Ziel? 18F ist ein Vorbereitungsstellgang für die Einsatzmedizin. Wir bilden realistische Lagen in Auslandslagen statt, die entsprechend dann in verschiedenen Schwierigkeitsstufen hier abgebildet werden. Wir versuchen den Teilnehmern zu realistisch wie mögliche Lagebilder darzustellen und das 18 und das F kommen von der Hochschule und zwar 1848 wurde die Hochschule gegründet und die F für Fresenius, daher kommt der Wortname dieses Lehrgangs, genau. Okay, was ist grob zusammengefasst der Inhalt oder das Lehrgangsziel? Das Lehrgangsziel ist, dass einmal die Teilnehmer, welche extern teilnehmen, die Befähigung erhalten in Auslandslagen zumindest handlungsfähig zu sein und über die verschiedenen nach Leitlinien gerechten Maßgaben, die wir ihnen anleiten, zu handeln und dann die ersten Lagen zu sehen, zu visitieren, zu melden und auch entsprechend dann erste Maßnahmen zur taktischen Medizin Schrägschicht zur ersten Hilfe anzuleiten. Das Ziel des Lehrgangs für die Studierenden, das Führen unter Belastung zu erlernen. Praktisch heißt das für euch, ihr werdet heute nicht nur die taktische Notfallmedizin vor Ort an der Einsatzstelle sehen, sondern die Patienten müssen zum Sammelplatz gebracht werden, vom Sammelplatz in den Behandlungsplatz. Ihr werdet Behandlungen im Behandlungsplatz sehen und das Management dieser ganzen Lage in der Leitstelle, dem sogenannten TOG. Das heißt, super umfänglich von der Einsatzstelle, vom Ort des Geschehens bis hin später zum TOG seht ihr heute alles. Und jetzt erklären wir euch erstmal, wer hier so die Teilnehmer sind, für wen so ein Lehrgang überhaupt in Frage kommt. Es sind zum Teil, wie ihr hinter mir seht, Waffenträger, die einfach aus beruflichen Gründen angewiesen sind in solchen Lagen, einfach, ja, dass sie wissen, was zu tun ist. Zum Beispiel gibt es hier Personenschützer, die im Ausland tätig sind, dort ranghohe Personen beschützen. Es gibt hier natürlich Rettungsdienstmitarbeiter, die vielleicht mit Hilfsorganisationen in Auslandseinsätze gehen. Und immer dann, wenn man im Ausland unterwegs ist, in einer Krisensituation und es passiert was, man kommt in die Lage, dass viele Verletzte sind oder überhaupt Verletzte sind, dann muss man natürlich wissen, zum einen, was mache ich mit den Verletzten, wie manage ich die Lage und wie achte ich auf meine eigene Sicherheit und wie kann ich selbst auch überleben, wenn mir selbst dann im Einsatz was passiert. Der Lehrgang richtet sich vor allem an Teilnehmer, die sich vorbereiten müssen oder wollen oder sollen auf einen Auslandseinsatz. Deshalb spielt auch jeder Einsatz oder jede Handlung hier in dem Lehrgang fiktiv im Ausland. Oh, da knallt es. Die ganzen Strukturen, die wir aus dem deutschen Katastrophenschutz oder dem inländischen Katastrophenschutz gelten, sind hier etwas anders, aber ähnlich. Ein weiteres Ziel des Lehrgangs ist es, die Teilnehmer, die Nicht-Waffenträger sind, zum Beispiel aus Feuerwehren, Rettungsdiensten, Hilfsorganisationen, mit der Arbeit der Waffenträger hier vertraut zu machen. Das heißt, sonst ist es so, wir sind das Team Rettungsdienst, Team Feuerwehr, natürlich arbeiten wir auch zusammen, aber in der Regel ist es so, dass die Waffenträger ihr Ding machen, sage ich mal, und wir als Nicht-Waffenträger unser Ding machen. Im Auslandseinsatz ist das aber anders, denn wenn dort eine mögliche Bedrohungslage ist, müssen dann natürlich die Waffenträger und die Nicht-Waffenträger Hand in Hand arbeiten, weshalb das auch ein grundlegendes Thema dieses Lehrgangs ist, dass die verschiedenen Gruppen auch miteinander zusammen agieren und zusammen diese Lagen abarbeiten, damit einfach jeder weiß, was der andere macht. Man sagt ja, Wissenschaft schafft Wissen. Darum geht es hier. Der Kurs geht nicht nur, oder es geht bei dem Kurs nicht nur um die Bewältigung der Aufgaben vor Ort, an den Einsatzstellen und im Lagezentrum, sondern auch darum, was mit den Teilnehmern währenddessen passiert. Wie ihr im Hintergrund seht, unser Teilnehmer, unser Protagonist, der ist gerade am Rudern. Und zwar werden hier die Vitaldaten erfasst, vor der sportlichen Betätigung, nach der sportlichen Betätigung. Es wird Blut abgenommen, vorher, nachher. Es wird ein Speicheltest abgenommen. Man muss sich verschiedene Dinge merken und dann wird nachher abgefragt, wie gut die Teilnehmer sich unter dem Stress, der heute noch entstehen wird, sich diese Sachen noch merken konnten. Parallel hört er ein Hörspiel ab und bekommt dann nachher in der stressigen Situation Fragen dazu gestellt. Also es soll nachher wissenschaftlich fundiert dargestellt oder dargelegt werden, wie die Teilnehmer unter Stress arbeiten. Das hat natürlich auch Wirkung auf das Outcome des Patienten. Denn umso besser ich unter Stress nachher arbeiten kann, umso besser ist das Outcome des Patienten. Und hier macht man es einfach messbar und kann nachher in der Grafik ganz gut darstellen, wie der Teilnehmer oder die Probanden unter Stress arbeiten. Grundsätzlich haben wir jetzt gerade das Einsatzbriefing bekommen für Kirgisien. Wir haben jetzt gerade aktuell unser erstes Einsatzszenario bekommen. Was uns jetzt erwartet, wird schon spannend werden. Keiner von uns weiß so wirklich, wo die Reise jetzt hier hingeht. Die IFEX haben wir gerade eben gecheckt. Wir haben den Auftrag bekommen, uns so auszurüsten, dass wir letztendlich auch im Einsatzfall vollumfänglich arbeiten können. Die Kollegen Waffenträger hinter mir haben auch schon ihre Briefings bekommen, ihre Sicherheitseinweisungen. Und wir Nichtwaffenträger haben jetzt aktuell uns vorbereitet. Und ja, wir sind gespannt, wo die Reise hingeht. Noch ist es entspannt, also die Gemütslage, aber die Aufregung wird mit Sicherheit kommen. Und ich hoffe, dass alles gut läuft und dass wir alle gut durchkommen. Zur Information, wir fahren an eine gemeldete Einsatzstelle. Vermutlich Verkehrsunfall an einem Grillplatz. Wir haben einen Spotter, der fährt voraus. Unklare Anzahl von Verletzten. Vermutlich in der Umgebung ein Minenfeld. Also achtet bitte darauf, wo ihr hintretet. Verstanden? Gut. Okay, Achtung, Truppe Rot, wir haben gleiche Aufgabe wie eben. Das heißt, wir gehen mit rein. Es geht um das Erkunden. Und wenn Verletzte, die Sicherungsgruppe dort, Gruppe Grün geht vor, sichert die Lage, dann gehen wir mit Gruppe Blau rein, erkunden, wenn was sein sollte, retten, wichtig ist, reagieren beziehungsweise kategorisieren, Verletztenanzahl definieren, sodass wir das rückmelden können. Also da ist der Verletzten-Sammelplatz. Ja? Alles klar. Kommin, kommin! Mein Mann ist cool, kommin, kommin! Hallo! Kommin! Helfen Sie! Oh, mein Leg! Hey! Fuck! Helfen Sie! Ich nehm Sie. Ich nehm Sie. Alles klar. Oh Gott! Oh Gott! Weg! Weg! Mach weg! Mach weg! Bleiben Sie da! Bleiben Sie da! Oh mein Gott! Oli, geht vor! Lügen erwachen! Oli zieht nächste Stellung, hier zieht sie nach! Also ist noch geißer auf der Bühne, wir kommen ja nicht mehr. Noch kommt Big Flame, steig hier! We come back, we come back, we come back! It's not coming! We come back, come back! Nooo! We come back! You must stay here, okay? It's good. I'm looking for you, I contact you, okay? Police, okay, Polizei kommt! Don't stay back! We come back! We come back! We come back! Hey, come back! We come back! We come back! Hey, Captain Kahn vom Revier für Anu! Uri, wir brauchen jetzt den Zugführer! Und was mit dir ist, laden wir jetzt das Atmung überprüfen und schauen, ob sie aufstehen brauchen. Hilfe! Stop it! I must clear the situation, okay? Calm down! Gehen Sie runter, beruhigen Sie sich! Hilfe ist unterwegs! Hilfe! Hilfe! Du hilfst mit bei der Versorgung, bei der Patientinversorgung, hast du verstanden? Kann ich machen. Mimi, 35 Jahre alt. 35 Jahre alt. Sie hat die Platzwunde. Links kontaminiert. Ah, okay. Was ist hier? War alles gut soweit? Wir haben hier keine Verletzung. Okay, dann nehmen wir ihn hier. Die Teilnehmer haben vorab natürlich schon theoretisch einiges erfahren und wurden dann heute so ein bisschen ins kalte Wasser geschmissen. Das heißt, die Teams kennen sich noch gar nicht so richtig, die Gruppen und die Zugführer kennen ihre Mannschaft nicht. Die ganze Kommunikations- und Führungsstruktur ist noch ziemlich, naja, unreif, nenne ich es mal. Und dann ging es auch wenige Stunden, nachdem der Kurs begonnen hat, direkt in die erste Lage. Hier sind wir jetzt, wie ihr seht, im Wald vor Ort. Die angenommene Lage ist, dass ein Transportfahrzeug, ein Lkw mit mehreren Personen, insgesamt neun Personen, in ein Minenfeld geraten ist und dann eine Mine explodiert ist. Hier insgesamt neun bis zehn Verletzte dann, die es zufolge hatte und der Lkw auch noch Gefahrgut geladen hatte, welches dann ausgetreten ist. Im Verlauf wurde hier dieser Sammelplatz eingerichtet. Die Patienten wurden hier hintransportiert, reagiert. Und da wir ja in diesem fiktiven Land sind, war die Lage dort nicht sicher. Und im Verlauf der Behandlung wurde dann dieser Behandlungsplatz angegriffen, von verschiedenen Tengos, wie sie hier genannt werden, also von Leuten, die den Leuten hier nicht so wohl gesonnen sind. Und dann ging es darum, dass man natürlich sich selbst erstmal schützen muss, eruieren muss, von wo kommt die Bedrohung. Und die Leute, die hier natürlich als Waffenträger vor Ort sind, die mussten dann natürlich den Behandlungsplatz oder den Sammelplatz hier dann erstmal schützen und die Lage wieder klären. Für mich als, sag ich mal, Notfallsanitäter, der eigentlich normales Individualmedizin macht, war schon unklar und unübersichtlich, weil wir ja eigentlich in einer auch militärischen Lage waren. Da waren, muss man echt sagen, super Mimen dabei. Also, die das Classic Spiel haben, die Situation war sehr realistisch geschminkt und dadurch kam natürlich auch ein gewisses Stresslevel. Was man gemerkt hat, ist tatsächlich, dass die Kommunikationsebene entscheidend war. Also Kommunikation vom Zugführer zum Gruppenführer und dann auch zu uns als Gruppe. Und da waren schon so die ersten Knackpunkte auch für mich, wo man eben auch selber nochmal dazulernt, wo muss man sich vielleicht nochmal einen Ticken weiterentwickeln. Ich denke, so die nächsten Tage müssen wir mehr mit den Szenarien nochmal, sagen wir, uns auseinandersetzen und eher in diese Militärlage einsteigen. Das ist für uns als Notfallsanitäter nicht ganz so einfach. Und ihr dürft nie vergessen, wo ihr seid. Ihr seid nicht zu Hause in Deutschland. Ihr seid in einem Einsatzland, in einer ungeklärten Lage, mit einem ungeklärten Vorfall. Wie ihr seht, mittlerweile ist es dunkel geworden und kalt. Wir sind wieder zurück hier an der Hochschule. Das erste Szenario, habt ihr gesehen, ist vorbei. Da wurden die Teilnehmer ziemlich ins kalte Wasser geworfen, ohne vorher wirklich einen großen medizinischen Input zu bekommen. Jetzt haben die Teilnehmer hier einige Stunden Theorie Inhalte bekommen. Und jetzt geht es hier los, richtig mit den ersten Skillstationen, bevor es dann gleich wieder ins nächste Szenario geht. Aber wie gesagt, vorher erstmal Skillstationen. Es ist schon spät, wir haben wenig geschlafen. Das ist zum Beispiel Care Under Fire in Praxis. Das wird gleich richtig spannend und laut. Dann so Sachen wie Roundpacking, Tourniqui, Beckenschlinge, eine Crashrettung, beziehungsweise eine Sofortrettung aus dem Auto. Arbeiten in Low Light oder ohne Light. Also verschiedene Skillstationen, die später dann in dem nächsten Szenario gebraucht werden. Das findet dann gleich hier nach statt. Das wird auch richtig, richtig, richtig spannend. Also bleibt auf jeden Fall weiterhin dran und jetzt gucken wir uns hier die verschiedenen Skillstationen an. Auf geht's! 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 Im Rahmen des 18F durchlaufen die Absolventen verschiedene Stationen, an denen sie für die Einsätze in den Szenarien trainiert werden. Ich spreche mal von meiner Station. Da geht es um die Anlage einer Thorax-Drainage, die dann später in den nächsten Übungseinheiten dann auch praktisch vollzogen werden soll. Die anderen Stationen beschäftigen sich mit anderen Situationen, die ähnlich Notfallversorgung betreffen und die die Absolventen dann ebenfalls an den Verletzten üben sollen. Bei der Station hier geht's um Care under fire, das heißt eine unvorhergesehene Lage. Die Helfer der Ärzte ohne Limits hier sind in dieses Gebäude vorgegangen, unter Sicherung der Waffenträger, und sind dann plötzlich aus diesem Raum dort hinten angegriffen worden. Ein Helfer der Ärzte ohne Limits ist hier dann verwundet worden. Das heißt, sofort Feuer erwidern, Feuerüberlegenheit verschaffen und dann den Patienten schnellstmöglich in die nächste Deckung bringen. Das ist natürlich vor allem für die Rettungsdienstmitarbeiter und die Mitarbeiter der Hilfsorganisationen, die sonst mit den Waffen an sich oder einem Waffengefecht nichts zu tun haben, hier natürlich was komplett Neues, was einen komplett überrumpelt. Und deshalb ist es gerade ganz, ganz, ganz wichtig, dass das auch die Mitarbeiter üben, die sonst nichts mit Waffen zu tun haben, damit sie einfach, wenn sie mal in der Situation sein sollten, dann dort einen kühlen Kopf bewahren und die Maßnahmen, die man im TCCC quasi bei Care Under Fire überhaupt macht, dann auch hier zielführend umsetzen können. Punkt eins, natürlich den Schock überwinden. Ja, da ist was passiert, da liegt ein bekanntes Gesicht auf dem Boden und hat ein Problem. Und nicht paralysiert sein, sondern sofort reagieren hin. Bringt den sofort um eine Ecke oder, wenn es im Gelände ist, in eine Mulde, auf jeden Fall irgendwo in einem Bereich, wo der direkten Waffenwirkung entzogen ist. Punkt zwei, wir schaffen Feuerüberlegenheit. Das haben unsere nur drei Waffenträger ganz gut gemacht. Wir haben da vorne Feuer gekriegt durch eine Tür. Immer eine Tür kanalisiert das Feuer. Das heißt, ich bin selber, wenn ich in einer Vorwärtsbewegung bin, eine Tür zieht immer Feuer an, versuche ich da einmal wegzugehen. Jetzt aus Gegnersicht gilt es natürlich gleich. Das heißt, wenn wir Deckungsfeuer geben auf diese Tür, alle paar Sekunden da mal einen Schuss reinmarschiert, kommt da keiner raus. Und wenn trotzdem einer rauskommt, ist er sofort in unserem Wirkungsbereich. Also deswegen war die Situation da hinten mit den Waffenträgern sehr schnell geklärt. Punkt, egal. Eko Lima, hier Sierra Lima. Lageinformation, Schusswechsel in Gebäude frei. Und danach findet einfach das Kehr statt und helft ihm. So, und das war jetzt natürlich unterschiedlich ausgeprägt. Gut war, ihr habt den hier hinten in den Raum reingebracht, sodass der um zwei Ecken rum natürlich komplett sicher war fürs Erste. Man hat dann auch ein paar Minuten, die Waffenträger sind nachgezogen und haben dann den rückwärtigen Raum dann eben wieder gesichert, dass kein Gegner dann nachstoßen konnte. Und dann hat man vielleicht zwei, drei Minuten. Das heißt, hier ist es wichtig, schnellstmöglich sich zu informieren, was hat er. Top ist, weil er sich sowieso noch äußern kann, wenn er sprechen kann, dann kann er nämlich sagen, aua, am Bein. Das Törnike war durchweg eigentlich schnell dran. Bei dem letzten, da hätte man vielleicht noch mal eine Minute arbeiten müssen. Aber ansonsten war das ganz gut. Also jetzt hier ist ein Handy drin, da ist auch noch irgendwas, ein Block drin und so weiter. Da ist ein Magazin, das heißt, ihr kriegt auf den Oberschenkel, um ihn abzubinden, keinen Druck drauf. Also macht ihm die Taschen leer, steckt euch das einsatzwichtige Gerät dann ein und dann mache ich den zu. Das Erste muss das, was wir da gemacht haben, auf jeden Fall reichen. Das ist Dunkel, mein Name. Schönen guten Abend. Wir haben uns heute einmal mit dem Einsatzwert des Behandlungsplatzes auseinandergesetzt. Das heißt, was ist dieser Behandlungsplatz unter Normalbedingungen erst mal im Stande zu leisten. Wir haben eine Grundkapazität von drei Schockräumen, neun liegenden Patienten und bis zu 25 sitzenden bzw. gehfähigen Patienten. Rot, gelb, grün. Die Versorgungsleistung ist bei einer Mannstärke von 20 Personen, die die vier Gruppen stellen. Bei null bis einer ausgerückten Gruppe totally care. Das heißt, wir versuchen bestmöglich Individualversorgung zu gewährleisten, sofern aufgrund der örtlichen Verhältnisse möglich. Wir haben euch die verschiedenen Skillsstationen eben gezeigt, wo die verschiedenen invasiven Maßnahmen durchgeführt und erlernt wurden. Das haben wir recht kurz gehalten, weil wir euch das natürlich in unseren Einzelvideos und im Tech-Video schon gezeigt haben. Wenn ihr dazu mehr wissen wollt, klickt mal hier oben. Wir haben nun den Standort gewechselt und haben verlegt von der Hochschule hier in eine Mehrzweckhalle. Hier hinter mir seht ihr den Behandlungsplatz und die Schockräume. Jetzt schauen wir mal, was hier passiert. Die Teilnehmer beziehen dort gerade ihre Betten und haben den Schockraum vorbereitet und haben sich hier mit der Örtlichkeit bekannt gemacht. Und dann wird jetzt hier vielleicht etwas geruht, vielleicht aber auch nicht. Also machen wir einmal das Licht aus und gucken, was passiert. Achtung, Achtung, Zugführer, Zugführer von Leiter Toc kommen. Hier ist der Leiter Toc, sammeln Sie die Gruppenführer und kommen Sie umgehen, umgehen zur Toc kommen. Und, fit? Konnitsch? Ja, mit einer Stunde Schlaf oder so. Ach, nicht mal. Nee, nicht fit. Gruppenführer, bitte. Mit Dayback, Gruppenführer. Mir ist leider zu ungekommen, dass es Tumulte in der Stadt gab. Ich war noch bei einem Beschäftsessen, das musste ich leider abbrechen, auch aufgrund von mehrerer Telefonate. Ich wollte einmal wissen, ob hier schon etwas aufgetreten ist. Ob es hier vielleicht Patienten oder Hilfegesucher aus der Bevölkerung gab. Ist der Behandlungsplatz bereit? Und wenn nicht, dann möchte ich das jetzt sehen, dass das jetzt in Antritt wiederherhand gegangen wird. Verletzte bis jetzt noch keine bekannt. Wir können noch, wir werden dann nachsicht halten, ob Verletzte um die Unterkunft vorhanden sind. Ansonsten Sicherheitssachen sind uns keine gemeldet, also Tumulte oder sonstiges. Einmal, wir haben den Platz starten. Generalseher hat uns informiert, dass es Tumulte gibt in der Stadt. Bei einem der Mitarbeiter wurde ein Bett von Tonk festgestellt. Darum kümmert sich Sicherheit, es könnten Verletzte um die Entdeckung auftreten. Somit wir haben das sofort fertig gemacht. Einsatzbereit in zwei Minuten. Wir brauchen eventuell noch eine bewaffnete Komponente, da komme ich dann nochmal auf dich zu. Sonst erstmal verharren, du meld und du kannst schon mal in Grün legen, wenn du möchtest. Mit dem Schlaf war wohl nichts. Mittlerweile ist es halb vier. Vor knapp einer Dreiviertelstunde gab es plötzlich einen Alarm. Es war damit zu rechnen, dass aufgrund eines Aufstandes in dem fiktiven Ort hier eine größere Anzahl an Patienten zu erwarten ist. Demnach haben die Zug- und Gruppenführer ihre Mannschaft geweckt, in Einsatzbereitschaft versetzt und haben dann hier hinter uns den Behandlungsraum besetzt. Haben für Sicherheit gesorgt und dann hat es auch nur wenige Zeit gedauert, bis die ersten Patienten kamen. Aktuell sind hinter uns im Behandlungsbereich drei Patienten, zwei rote Patienten, einer davon unter Reanimation und eine gelbe Patientin. Aber ich bin mir ganz, ganz, ganz sicher, dass das nicht die letzten Patienten sein werden, denn genau darum geht es. Das Ganze ist jetzt noch recht entspannt. Zwischendurch gab es eben mal kurz einen Stromausfall, dann war das Licht weg. Die Teilnehmer mussten sich mit den Taschenlampen aushelfen. Und gleich wird es, denke ich mal, richtig stressig, denn dann kommen noch viel, 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 viel mehr Patienten. Und dann gucken wir mal, was hier hinter uns passiert. Und wir haben ja vorhin schon gesagt, es geht hierbei auch um die wissenschaftliche Auswertung. Wie ist das Stresslevel? Wie ist die Resilienz der Teilnehmer hier während des Lehrgangs? Und da wird gleich unser Proband hier nochmal rausgezogen, wenn er richtig im Stress ist. Und dann gucken wir mal, wie der Stresspickel jetzt im Vergleich zum Beginn ist. Der Druck erhöht sich, es wird stressig. Der Behandlungsplatz ist fast voll. Hier sind jetzt ungefähr 15 Patienten im Behandlungsplatz und hier wird richtig rotiert. Die Ressourcen werden auch langsam knapp. Und das Problem ist, wir bekommen die Patienten oder die Teilnehmer bekommen die Patienten nicht aus dem Behandlungsplatz. Das heißt, es wird jetzt eng und knapp. Das erhöht natürlich den Stress und jetzt muss man mit den knappen Ressourcen auskommen. Und wie stressig das ist, das fragen wir jetzt mal unseren Probanden, wie er es gerade so empfindet. Es ist ja jetzt ziemliches Gewusel und Chaos. Hier sind jetzt ja schon einige Patienten da. Ja, ich sage mal so, viele Patienten, viel Gewusel und vor allem auch natürlich, ja klar, viele Kollegen, die hier arbeiten. Das Problem, das größte Problem, denke ich, ist, dass das eine Umgebung ist, in der wir uns eigentlich gar nicht auskannten. Also das heißt, du hast eigentlich nicht so wirklich gewusst, wo liegt das Material. Dass wir alles zusammensuchen müssen, dann haben wir uns alle erstmal aufteilen müssen. Ein paar Kollegen haben Material gesucht und haben Material bereitgestellt. Andere haben gearbeitet. Wir haben uns in Teams aufgeteilt, Notfallsanitäter und Einsatzsanitäter zusammen und Rettungssanitäter. Und dann haben wir Teams gebildet und dann ging es schon Schlag auf Schlag. Das Problem war, dass dann hier auf einmal mehr Patienten kamen in den roten Bereich und wir mussten die dann wegbekommen. Und das war so ein bisschen am Anfang das große, große Problem. Das war halt die roten Patienten, die kreislaufkritisch waren, die dann aber zu gelben Patienten wurden, schnell wegbringen mussten. Dass wir hier wieder Ressourcen freimachen, dann aber wiederum in dem gelben Bereich, die Kollegen dann massiv ans Limit kamen. Das war so quasi der übergreifende Bereich, so Stück für Stück. Und ja, das war schon ein bisschen Stress. Jetzt ist mal wieder der Strom weg. Ja, auch das ist Stress und gehört dazu. Aber dein Stresspickel ist noch im Rahmen oder würdest du sagen, du bist jetzt schon kurz vor Maximum? Nee, nee, kurz vor Maximum noch nicht. Aber das war jetzt einfach eine Situation, in der ich in Stress kommen bin, weil ich einfach diese Entlastungspunktion nicht setzen konnte. Weil ich eben durch die Puppe nicht durch bin. Das hat ewig gedauert. Dabei ist im Prinzip, sag ich mal, der Notfallpatient hier im Szenario einfach mit dem Druck abgerauscht. Und war dann einfach so massiv schlecht, dass eben die Entscheidung war, ist der noch rot oder ist der schon Kategorie blau, respektive Kategorie schwarz. Und das war die Entscheidung, die wir hier treffen mussten. Und dann haben wir eben im Team getroffen oder die Entscheidung getroffen zu sagen, nein, wir machen jetzt doch eine Entlastungspunktion oder eine Thorax-Drainage. Und haben dann nochmal eine saubere Thorax-Drainage gemacht. Und dadurch ist er dann mit dem Druck nochmal besser geworden. Also es war dann doch zielführend und erfolgreich, aber zwischendrin echt stressig. Der Lehrgang ist nicht so, dass man morgens kommt, man geht abends wieder nach Hause, sondern der Lehrgang startet am Donnerstagmorgen und ist am Samstagabend fertig. Und der Lehrgang geht über die gesamte Zeit. Das heißt, es ist nicht so, dass abends nach dem Lehrgang die Teilnehmer sich hinlegen und schlafen können. Und am nächsten Tag geht es weiter, sondern der Lehrgang findet über die gesamte Zeit statt. Das heißt, die Teilnehmer werden unter Schlafentzug gesetzt, es herrscht Wissensmangel und wie ihr im Hintergrund hört, hier geht es richtig ab. Hier wird auch eine Ausnahmesituation dargestellt, um die Teilnehmer während der Behandlung der Patienten besonders stark unter Stress zu setzen, unter Druck zu setzen. Denn man muss sich natürlich vorstellen, wenn wir im Inland sind, sind bei einer Einsatzstelle, haben wir natürlich ganz andere Gegebenheiten, als wenn wir in der Krisenregion sind und dort dann Patienten behandeln müssen. Zu Beginn habt ihr gesehen, dass unser Proband gemessen wurde. Es wurden Vitaldaten erhoben und noch vieles mehr, habt ihr alles am Anfang gesehen. Das wird nicht nur zu Beginn gemacht, um den Stresspegel und die Resilienz festzustellen, sondern auch während hier die Lage richtig im Gang ist, werden einzelne Teilnehmer genommen, werden rausgezogen und während die im absoluten Stress sind, wird dann der gleiche Test nochmal gemacht, um dann während der Lage festzustellen, wie entwickelt sich der Stresspegel während des Lehrgangs. So ein Lehrgang ist natürlich nicht da, damit jeder perfekt in den Lehrgang kommt, hier seine hundertprozentige Leistung abliefert und dann wieder nach Hause geht, sondern so ein Lehrgang oder so ein Kursformat ist natürlich auch da, damit man Fehler machen darf im geschützten Umfeld. Es dringt nichts nach außen und man kann sich so hier verhalten, wie man es für richtig hält und vor allem die Maßnahmen tätigen, die man für richtig hält. Ganz wichtig dabei ist, dass es nicht nur am Ende der verschiedenen Settings ein Deep Briefing gibt, sondern dass während der Lagen auch der Leiterlage sagen kann, kurz Cut, wir führen die Situation ein, gucken, wie ist der Ist-Zustand, dann gibt es eine kurze Besprechung, wie sollte der Soll-Zustand sein und dann kann die Lage auch fortgesetzt werden, dass man die Leute nicht einfach blind links in die Lage reinlaufen lässt, sondern auch zwischendurch immer mal so ein bisschen bestimmen kann, wie sich die Lage weiterentwickelt, damit natürlich jeder dann aus den Szenarien rausgeht und für sich sein Lehrgangsziel, sag ich mal, erreicht hat. Die Studierenden des Studiengangs Krisen- und Notfallmanagement, die diese TOG betreiben, also quasi diese Einsatzzentrale, diese taktische Operationszentrale, dort werden die verschiedenen Schnittstellen zusammenführen. Das läuft bei uns wie hier im Inland mit einer technischen Einsatzleitung. Im Ausland ist es die sogenannte TOG, das Tactical Operations Center. Die Studierenden betreiben das 72 Stunden in der sogenannten Auslandslage und versuchen hier die verschiedenen Schnittstellen als auch der Bereich des Behandlungsplatzes oder für uns das sogenannte Forward Surgical Element zu betreiben und hier die Regelung in der infrastrukturschwachen Umgebung entsprechend anzugleichen und das auch das Ziel des Lehrgangs für die Studierenden, das Führen unter Belastung zu erlernen. Jetzt befinden wir uns im TOG, dem sogenannten Tactical Operations Center. Von hier aus werden die ganzen verschiedenen Lagen und der Einsatz dann geleitet, denn eine Kernkompetenz und eine ganz, ganz, ganz wichtige Sache bei diesem 18F-Lehrgang ist die Krisenkommunikation und das Krisenmanagement, denn wie ihr gehört habt, es sind externe Teilnehmer hier, aber es sind auch Studierende der Hochschule hier direkt mit im Kurs dabei und diese Studierenden, die sitzen dann hier im TOG und übernehmen dann die Rolle der Führungskräfte und führen dann diese verschiedenen Lagen. Wie ihr wisst, ist Kommunikation das A und O und bei der Kommunikation können natürlich auch ganz, ganz, ganz gravierende Fehler passieren, denn wenn an der Einsatzstelle sich die Lage verändert oder die Lage festgestellt wurde, muss die Lage natürlich auch weitergegeben werden und natürlich auch so weitergegeben werden, dass der am anderen Ende des Funkhörers eine Vorstellung davon hat, was vor Ort passiert. Das ist natürlich ganz essentiell, wenn ich als Rettungsdienstmitarbeiter, als Nicht-Waffenträger vor Ort bin und ich bin dort in Gefahr oder unter Beschuss, dann muss ich natürlich auch weitergeben, ich brauche hier Unterstützung und das muss natürlich an der anderen Seite so rauskommen, dass derjenige dann auch die richtigen Leute zur Unterstützung schickt. Also super komplexes Thema, aber hier nur kurz angerissen, das ist einer der Unterschiede zu den Buchstabenkursen, wo es primär um die Behandlung der Verletzten vor Ort geht und hier geht es quasi um das große Ganze, es geht um die Lage vor Ort und dahinter dann das sogenannte TOG und die Verwaltung und Führung des Einsatzes. ... ... Ohhhh! 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 Ich hab kein Naum oder so! Schick! 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 Ich kann nicht mehr schicken! Mach doch noch was, mein Freund! Ich hab auch keine Falschina! Kommen wir nun zum dritten Szenario. Hier sind wir jetzt auf einem öffentlichen Gelände. Hier hat eine Demonstration stattgefunden. Bei der Demonstration gab es aufgrund von betrunkenen Autofahrern einen Verkehrsunfall. Dabei sind mehrere Verletze entstanden. Sogar hier ein Patient, wo beide Beine amputiert wurden beim Verkehrsunfall. Und jetzt geht es natürlich darum, die Demo ist noch im Gange, während die Hilfskräfte hier, die Teilnehmer die Patienten behandeln. Müssen natürlich die Waffenträger dafür sorgen, dass die Demonstration hier nicht am Ende im Behandlungsplatz bzw. im Patientensammelplatz dann dort endet und die Teilnehmer hier in Ruhe die Patienten behandeln können. Zu Beginn habt ihr gesehen, dass die Teilnehmer verschiedene Skillstationen durchlaufen mussten. Wie zum Beispiel ein Patient aus einem Fahrzeug gerettet wird. Und das ist jetzt hier passiert. Die Patientin wurde aus dem Auto gerettet und wird jetzt hier zur Patientenablage gebracht. Natürlich endet das Szenario nicht am Ablageplatz oder am Sammelplatz. Das wäre ja in der Realität auch nicht so, sondern die Patienten müssen dann noch vom Sammelplatz zum Behandlungsplatz transportiert werden. Und naja, in einer Krisensituation muss man auch mal improvisieren. Das heißt, die Patienten kommen jetzt hier in den Truck und werden dann zum Behandlungsplatz transportiert. Zumindest denken das die Teilnehmer. Was aber gleich passieren wird, das seht ihr gleich. hoch und Alkohol. Drei, zwei, eins, auf! Drei, zwei, eins, auf! Cool! Das war wohl nichts. Der Truck ist kaputt gegangen und die Teilnehmer mussten die Verletzten auf dem Tragen ungefähr fünf, sechs, siebenhundert Meter hierher tragen. Das ist natürlich schon eine richtige Herausforderung. Jetzt sind die Patienten hier wieder am Behandlungsplatz und wie ihr seht, auch die Demonstration hat sich verschoben von der Einsatzstelle hier zum Behandlungsplatz. Parallelen müssen natürlich drin die Patienten weiter versorgt werden. Aus dem inländischen Katastrophenschutz kennt ihr ja die gängigen Führungsstrukturen, zum Beispiel den Abschnittsleiter, Abschnittsleiterbehandlung und, und, und. Hier seht ihr jetzt einige Abschnitts, Abschnittsleiter Westen nenne ich es mal, mit verschiedenen Begriffen und wir lassen uns jetzt einmal kurz erklären, wie hier die Führungsstruktur ist und was die verschiedenen Positionen hier zu regeln haben. Wir versuchen hier den in unserem Ausland betriebenen Forward Surgical Element oder zu Deutsch den Behandlungsplatz koordinativ zu betreiben. Wir erwarten hier mehr als 50 Verletzte einer verschiedenen Sichtungskategorie und dass das funktionieren kann, haben wir über den Stab eingesteuert, die medizinische Einsatzleitung, dafür steht die Mel. Die wird unterstützt durch den Leiter ärztlicher Sichtung, das ist meistens eine erfahrene oder ein erfahrener Arzt, vorrangig in der Traumatologie tätig. Dann haben wir unser wichtiges Element im Bereich der Notfallversorgung des Schockraumes. Das ist der zentrale operative Notfallkoordinator oder Koordinatorin, die versucht quasi in dem Abschnitt des Bereichs des Schockraumes dann die verschiedenen Sichtungskategorien zu priorisieren und auch die Behandlungsweisen dann entsprechend zu entscheiden. Wir sprechen dann in so einem Fall gegebenenfalls von einer Damage Control und oder von einer sogenannten Task, von einer Tactical Average Control. Hier haben wir das taktische Element noch bei uns eingebaut, der eigentlich durch den LNA in der Klinik oder den OLAD, aber bei uns in der Auslandslage ist das der Master Medic. Der Master Medic verbindet hier das taktische Bindeglied zu unserem Zugführer und diese Einheiten arbeiten um diesem, sage ich mal, sehr herausfordernde Lage entsprechend gewappnet zu sein. Die Lage ändert sich nicht nur vor Ort an der Einsatzstelle und im Behandlungsplatz, sondern auch in der TOC wird dann rotiert, wenn die Lage sich ändert und natürlich müssen alle Veränderungen der Einsatzlage hier in der TOC ankommen. Dort müssen sie dann besprochen werden und im Verlauf muss dann natürlich auch in der TOC entschieden werden, wie es dann weitergeht. Jetzt wurde entschieden, dass die Lage am Seiteneingang zu gefährlich ist und der Eingang nach hinten verlegt wird und ich höre draußen, kommt schon das Nächste, kommt mal mit. Genau in dem Moment, wo die Teilnehmer denken, sie hätten alles im Griff und das Stresslevel sinkt, genau dann passiert das Gegenteil. Es kommen erneut Patienten, die diesmal kontaminiert sind mit einer Alpha-Strahlung und Chlorgas beaufschlagt sind. Deswegen ist jetzt hier die Feuerwehr da und baut einen Dekon-P-Platz auf. Allein was bei diesem Lehrgang hier alles möglich ist, ist schon der absolute Wahnsinn. Das THW ist da, die Feuerwehr ist da und hier wird die Dekon-P-Station eingerichtet, damit die Patienten hier in echt dekontaminiert werden und dann vom Dekon-P in den Behandlungsplatz kommen. Es ist natürlich super, super schwierig auch für uns so einen umfangreichen Kurs in ein Video zu packen. Ich hoffe, wir haben es dennoch gepackt und ihr hattet den bestmöglichen Eindruck hier von der Veranstaltung von dem 18F-Kurs. Wir kannten viele Themen natürlich schon durch TEC, durch den TEC-Kurs, wobei das hier natürlich nochmal eine komplett andere Herausforderung ist. Beim TEC-Kurs ist dann vorbei, wenn der Patient quasi am Sammelplatz angekommen ist, kurz versorgt wurde und dann ist natürlich Übungsende. Hier geht es erst dann richtig weiter, wenn der Patient dann vom Sammelplatz hier zum Behandlungsplatz kommt und dann auch hier noch wirklich über lange Zeit behandelt wird und man dann sich auch noch darum kümmern muss, in welches Krankenhaus, in welches fiktive Krankenhaus im Ausland der Patient dann kommt. Also wirklich super umfangreich von der Behandlung des Patienten bis zum Management in der TOC war hier definitiv alles dabei, alles geboten. Obwohl das drei Tage lang hier ging und so viele Teilnehmer hier dabei waren, muss man sagen, absolut klasse gemanagt dieser Kurs, die zeitlichen Rahmen alle eingehalten und ich bin mir ziemlich sicher, dass die Teilnehmer am Ende ihr Lehrgangsziel hier für sich selbst auch erreicht haben. Das Endfazit ist, dass das einfach ein wirklich sehr interessanter Lehrgang ist. Einer, der uns, denke ich, alle übergreifend über alle Gattungsgruppen und BOS-Gruppen weiterbringt. Wir merken auch, wie wir untereinander miteinander zusammenarbeiten müssen, sowohl die Waffenträger als auch die Nicht-Waffenträger. Was hier sehr interessant ist, ist die Koordination im Schockraum. Für uns natürlich was, wo unglaublich schwierig ist am Anfang, weil wir eben wie schon gesagt den Überblick behalten müssen, kam medizinisch an zwei äußerste Knackpunkte. Tatsächlich, wo ich dann auch mich selber nochmal re-evaluieren musste, aber auch mit Hilfe und mit den Kollegen wirklich eine ganz tolle Nummer. Und jetzt ganz ans Limit kam ich bisher noch nicht, aber körperlich war es heute schon anstrengend. Wir haben heute auch ein Evakuierungstraining gemacht und das war schon anstrengend. Unglaublich geil, super organisiert, also die Jungs, die Organisatoren, die das hier machen, machen echt einen mega Job. Auch der Aufwand, das kann man sich gar nicht vorstellen, wie aufwändig das ist, auch wie realistisch tatsächlich die Memen geschminkt sind von irgendwelchen Thorax-Verletzungen bis hin zu Amputationsverletzungen. Tatsächlich, wirklich gigantisch. Für uns sehr realistisch. Und die Einsatzszenarien, die wir seither immer so kennen in unserem Alltag und Übungsszenarien, die gehen maximal eine Stunde. Hier natürlich jetzt schon mittlerweile wieder über mehrere Stunden ein Einsatzszenario und in die Nacht rein. Das ist schon sehr interessant und bringt uns mit Sicherheit auch weiter. Also den Kurs kann man mehr als empfehlen aus meiner Sicht. Es ist wirklich gigantisch und einfach super, was die Jungs hier leisten und was sie hier aufbauen. Wenn ihr die Möglichkeit habt, so einen Lehrgang oder den Lehrgang hier zu besuchen. Die Warteliste ist zwar lang, aber versuchen schadet nicht. Ich bin auf jeden Fall absolut baff und geflasht von dem, was hier passiert ist. Wenn ihr mal hier unten klickt, da kommt ihr zum Tech-Video. Da erfahrt ihr noch mehr über die verschiedenen Schlüsselinterventionen bei der taktischen Notfallmedizin.